Ja, herzlich willkommen zu Logiversity. Heute geht es um Online-Beratung und ich freue mich besonders, dass Iris da ist, Iris Fremd-Dichler von Rad auf Draht. Und ich danke, dass du da bist und ich übergebe dir gleich das Wort. Danke. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Die Dagmar hat eh schon gesagt, also ich freue mich auch sehr über Unterbrechungen, Fragen. Vielleicht kann auch wirklich so ein Austausch stattfinden, gerade wenn es dann um Online-Beratung geht. Vielleicht bieten das auch einige von euch an und wir können da auch so ein bisschen Erfahrungen auch gegenseitig austauschen. Das ist, glaube ich, also ich bin von meinem Grundberuf, bin ich klinische Gesundheitspsychologin und bin schon ganz, ganz lange bei Rad auf Draht. Also ich glaube, es sind mittlerweile 18 Jahre und ich bin in der Telefonberatung, in der Online-Beratung und in der Chat-Beratung. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle so ein bisschen was über Rad auf Draht, weil die meisten können mit dem Namen was anfangen, aber manchmal weiß man dann doch nicht so ganz, eben wie Dagmar schon gesagt hat, wie lange gibt es das eigentlich. Also was eigentlich recht spannend ist, ist, wie Rad auf Draht entstanden ist. Und zwar hat der ORF vor vielen Jahren, also über 30 Jahren an der Sendung ins Leben gerufen, wo es darum ging, dass Leute anrufen sollen, wenn ein Zebrastreif in der Nähe von einer Schule gefehlt hat oder wenn der Wunsch war, dass da ein Kinderspielplatz entstehen soll. Also anliegend von Kindern sollten da herangetragen werden. Und die Erfahrung war, dass dann plötzlich selber die Kinder und Jugendlichen dort angerufen haben bei dieser Hotline und von ihren eigenen Sorgen erzählt haben, also gar nicht zu Sendungsbeiträgen geliefert haben, sondern von ihren eigenen Anliegen gesprochen haben. Und anscheinend war da so ein reger Zulauf, dass sie gesagt haben, sie müssen jetzt dafür eine Hotline einrichten, damit die Kinder und Jugendliche da eine Anlaufstelle bekommen. Und so ist eigentlich Rad auf Draht entstanden. Das war ganz am Beginn noch eine 0660er-Nummer, die nur ein paar Stunden, an ein paar Tagen die Woche freigeschalten war. Und da der Andrang so groß war, ist dann vor genau 20 Jahren auch diese Notrufnummer entstanden, 147, was den Vorteil hat, sie ist kostenlos, auch damals noch von den Telefonzellen, auch ohne Geld erreichbar, auch wenn man am Handy kein Guthaben hat, kann man unsere Nummer wählen und eben 24 Stunden, sieben Tage die Woche, also immer besetzt. Wir haben schon ziemlich früh auch mit der schriftlichen Beratung begonnen, also auch vor 20 Jahren. Das heißt, da, wo die Notrufnummer entstanden ist, entstand auch, das war damals noch eine E-Mail-Beratung. Das heißt, man konnte auf eine E-Mail-Adresse eine schriftliche Anfrage stellen und bekam dann auch die Antwort zurück. Irgendwer schreibt gerade, ich habe kein Bild, sehe ich gerade? Ja, ich habe es schon zurückgeschrieben. Ich hoffe, es funktioniert. Okay. Später, also ich muss immer auf meinen Schwindelzettel schauen, weil ich habe die Daten nicht so im Kopf, also vier Jahre später ist es dann so eine webbasierte Online-Beratung geworden. Das heißt, das ist auch jetzt noch so, man lockt sich wirklich mit einem Username und einem Passwort ein und das gewährleistet einfach die Anonymität und Verschwiegenheit, weil es war früher immer so die Angst bei einer E-Mail-Beratung, wir könnten dieses Antwort-E-Mail von uns noch lesen, gerade zu früheren Zeiten hatte auf die Familie eine Familien-E-Mail-Adresse und damit jetzt mit dieser webbasierten, wo man sich einloggt und ein Passwort hat, es wirklich gewährleistet, dass nur die Schreiberin die Antwort liest, die sie auch gestellt hat. Und das Schöne ist, dass viele schreiben uns ja über einen längeren Zeitraum, loggen sich dann immer mit ihrem Username und Passwort ein und das heißt, man hat dann auch einen Verlauf, was auch ganz hilfreich ist. Also man sieht auch, wenn die vor einem Jahr geschrieben hat, was hat sich da verändert? Also man hat dann auch, ist auch hilfreich in der Beratung einfach. Wir haben dann auch noch vor sieben Jahren begonnen mit der Chat-Beratung, die immer am Abend stattfindet, von 18 bis 20 Uhr, die ist jetzt auch erweitert worden, weil wir auch während Corona festgestellt haben, dass das ziemlich explodiert ist. Der Bedarf auch an schriftlichen Beratungen, genau. Der Unterschied, also ich glaube, so der Grundunterschied in der Online-Beratung bei uns ist, dass es eigentlich der einzige Kanal ist, wo sie nicht sofort auch eine Antwort bekommen. Also wir kommunizieren das auch, wenn sie sich einloggen in der Online-Beratung, dass die Antwort auch ein paar Tage dauern kann. Also das heißt, das ist sozusagen unser einziger Kanal, weil am Telefon bekommen sie sofort die Unterstützung, auch im Chat ist es ja ein Hin und Her in diesen zwei Stunden am Abend und online müssen sie warten. Manche überlesen das leider, was dann wirklich blöd ist. Es ist zwar wirklich die Ausnahme, aber wenn dann so Fragen zur Pille danach kommen, dann sind ein paar Tage einfach wertvolle Zeit. Aber es steht groß da und die meisten sehen das auch und lesen das auch und wissen, auch wenn es schnell gehen muss oder wenn es wirklich ein akuter Notfall ist, müssen sie sich bei uns am Telefon melden oder halt dann im Chat. Bei uns ist es so, also bei Rad auf Draht in der Online-Beratung, wenn sie sich registrieren, werden sie auch nach ihrem Alter und ihrer Geschlechtszugehörigkeit und ihrem Bundesland gefragt, was finde ich extrem hilfreich ist, weil man manchmal gerade in der Online-Beratung hat man wirklich oft nur diesen geschriebenen Text. Man kann ja nicht nachfragen wie in der Chat-Beratung. Manche schreiben ganz, ganz wenig Inhalte rein und das sind dann so Infos, die einfach wichtig sind, weil ich werde einer Elfjährigen wahrscheinlich nicht unbedingt raten, allein zur Kinder- und Jugendhilfe zu gehen. Also es ist immer ganz gut, so ein bisschen ein Bild zu haben, wie alt ist denn diejenige oder derjenige, der sich bei uns meldet. Und am Schriftbild selber kann man das oft schwer ablesen, weil manche sehr, sehr reif schreiben und sehr jung sind und manchmal ist es aber auch umgekehrt. Und das Bundesland, finde ich, ist sehr hilfreich, gerade wenn es um Anlaufstellen geht, die wir weitergeben. Das ist doch sehr häufig und da muss man ja nicht für ganz Österreich was weitergeben, sondern kann gezielt schauen, was gibt es in dem Bundesland, wo sie auch noch zusätzliche Unterstützung bekommen können. Was wir schon festgestellt haben, aber das betrifft nicht nur die Online-Beratung, sondern auch den Chat, dass wir auch ganz viele aus Deutschland haben, die sich daher verirren, denen oft gar nicht klar ist, wir sind nur für Österreich eigentlich zuständig oder österreichische Jugendliche. Und manchmal ist es dann schwierig, wenn man dann schon länger berät und dann geht es doch um vielleicht Kontaktaufnahme mit der Kinder- und Jugendhilfe und dann stellt sich raus, okay, die sind gar nicht in Österreich. Da arbeiten wir dran, ob man das vielleicht auch noch angeben kann am Anfang, die dann rauszufiltern. Jetzt ist irgendwer laut? Keine Frage, okay. So, damit ihr euch vielleicht ein bisschen ein Bild machen könnt, auch wie viel sich bei uns so melden. Also ich habe mir jetzt die Zahlen von 2020 rausgeholt und habe das ein bisschen runtergebrochen auf den Tag oder auf die Woche. Also am Telefon haben wir am Tag 174 Beratungsgespräche. Also Kontakte sind mehr, das sind Kinder und Jugendliche, die dann vielleicht gleich wieder auflegen oder nichts sagen, aber da muss wirklich zu einem Beratungsgespräch kommen. Das kann ein sehr kurzes sein, eine Anfrage. Es kann aber auch wirklich ein Krisengespräch sein, was eine halbe Stunde, Stunde dauert. Also im Schnitt sind es 174 Beratungsgespräche pro Tag und in der Online-Beratung ist es so, dass wir circa 53 Online-Beratungen pro Woche haben und Chat-Beratung haben wir 76 Beratungen pro Woche. Also während Corona, während dem Lockdown, ist so der Bedarf an der schriftlichen Beratung enorm gestiegen. Also wir haben das dann auch ausgebaut. Das heißt, die Chat-Beratung haben wir jetzt wirklich von Montag bis Freitag jeden Tag. Das war davor nur ein paar Abende pro Woche. Und auch in die Online-Beratung haben wir jetzt einfach mehr Berater, die dann pro Tag Online-Anfragen bearbeiten. Also unsere Vermutung war einfach, dass die Jugendlichen weniger ungestört telefonieren konnten. Alle haben zu Hause gearbeitet, im Homeoffice. Das war irgendwie schwierige Situationen oder nicht die optimalen Voraussetzungen zum Telefonieren. Deswegen kam ganz viel eben auf den schriftlichen Kanälen. Ja, bin ich gespannt, wie es nach Corona ist, ob das dann so bleibt, der Ansturm bei den schriftlichen Kanälen oder ob es wieder quasi mehr das Telefon wird. Wie viele Berater oder wie viel Berater habt ihr dann eigentlich? Ah ja, wir haben, ich glaube, 17 sind wir gerade. So die meisten sind eigentlich klinische Psychologen. Jetzt darf ich momentan nicht sagen Psychotherapeuten, weil es ist gerade unsere Psychotherapeutin-Pension und die anderen in Karenz gegangen. Wir haben auch einen Juristen im Team und ich glaube, eine Sozialarbeiterin. Ja, aber das sind unsere Grundberufe. Und wir werden halt unterstützt auch zusätzlich von Praktikantinnen, die jetzt nie alleine Dienst machen, die auch ganz lang eingeschult werden, aber die dann unterstützend am Nachmittag auch am Telefon sitzen und manchmal auch im Chat unterstützen. Weil bei uns ist es nicht so, also es gibt ja Länder, die machen in ihrer Dienstschicht alles, was reinkommt. Also wenn ein Telefongespräch da ist, machen sie ein Telefon oder dann dazwischen mal einen Chat. Bei uns ist das anders. Wir haben entweder wirklich Telefondienst oder wir haben Chatdienst, wo wir eingeteilt sind oder Online-Dienst, wo wir die Anfragen bearbeiten. Wir vermischen das nicht. Das würde auch nicht gehen, weil am Telefon viel zu viel los ist und dieses Switchen stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Also von diesem einen Medium dann sofort ins andere. Ihr habt aber auch super Social-Media-Auftritt. Ja, das stimmt. Und wir haben das auch sehr, sehr ausgedehnt, auch die Artikel auf unserer Homepage. Und wir merken das, dass wir viel weniger Anfragen zum Beispiel zur Sexualitätaufklärung haben oder auch zu rechtlichen Sachen. Also so, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen einfachere Anliegen. Die werden wirklich gut durch die Artikel und durch YouTube-Videos abgedeckt. Also das merken wir schon. Das heißt, das kann auch mit ein Grund sein, warum sowohl am Telefon als auch in den Online- und Chatberatungen einfach wirklich schwierige Themen einfach vorherrschen und sehr komplexe Situationen. Also es ist wirklich selten, dass jemand, ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe, mich zigmal erklärt, wie mein Kondom verwendet. Das ist jetzt einfach viel, viel seltener. Also die lesen das nach, sei es jetzt auf unserer Homepage oder woanders. Also der Informationsgewinn ist einfach jetzt viel leichter für die Jugendlichen. Welche Kanäle habt ihr eigentlich gerade auf Draht? Ihr habt die Webseite, ihr habt einen YouTube-Kanal, hast du gerade gesagt? Wir haben YouTube-Videos, genau. Wir haben einen Insta-Account. Wir hatten früher WhatsApp-Broadcast, wo wir so Infos weitergegeben haben. Das ging aber dann aus technischen Gründen nicht mehr. und das war's. Okay. Also da sind wir... Also Telegram oder Signal oder sowas bedient ihr nicht? Okay. Signal ist und Telegram ist auch gar nicht bei den Jugendlichen. Das ist nicht ihrs. WhatsApp war sehr beliebt, aber das ging dann aus technischen beziehungsweise rechtlichen Dingen dann nicht mehr. Deswegen bieten wir das nicht mehr an. Aber es war nie so, dass wir Beratung angeboten haben. Also es war eine reine Infos oder ja, wenn ein neuer Artikel rausgekommen ist, sie dann sagen, hey, da gibt es jetzt einen Artikel zum Schulrecht oder wie ihr euch auf eine Nachprüfung vorbereiten könnt. Das war eher so Informationen, die da weitergegeben werden. Weil das Dilemma ist, dass die, die das betreiben können, über diese Kanäle einfach keine Beratung anbieten, weil man auch die Anonymität nicht gewährleisten kann. Und deswegen war uns wichtig, okay, Beratung ist wirklich nur auf unseren Beratungskanälen. Und das andere sind Infokanäle. Es ist gerade eine Frage gekommen, es gibt Unterlagen später für die Fortbildung? Nein. Nein. Ich könnte es gerne anschauen, dann danach nochmal und mitschreiben sonst. Aber es gibt keine Unterlagen. Ja, ich meine, es gibt schon eine Präsentation, die könnte ich weiterschicken von Rad auf Rad, wenn das hilfreich ist. Also ich habe sie, ich habe mir jetzt gedacht, für den Zugang heute, ich erzähle einfach mal, ich finde, weil ich das persönlich spannender finde und ich finde es auch spannender, wenn Fragen gestellt werden können, wenn eine Präsentation gezeigt wird. Aber ich kann die, wenn es gewünscht ist, schon noch nachschicken. Ja. Genau, Gender-Verteilung. Also wer ruft eigentlich bei uns an? Das ist total spannend, weil wir da einen Riesenunterschied erleben, Telefon und schriftliche Beratungskanäle. Also am Telefon sind die Haupt, unsere Hauptanruferinnen sind zwölf bis 14 und spannenderweise in den schriftlichen Kanälen sind sie doch um einiges älter. Also da ist die Hauptgruppe wirklich die 15 bis 18-Jährigen. Also es ist einerseits eh erklärbar, die tun sich natürlich mit dem Ausdrücken im Schriftlichen leichter, je älter man ist. Aber es scheint auch so zu sein, dass das Telefon mehr das Medium auch ist oder stärker ist von ein bisschen Jüngeren. Und was auch spannend ist, ist die Schlechter-Verteilung. Also wir haben am Telefon mehr Burschen, die sich melden. Und zwar von den Prozenten her, 65 Prozent sind am Telefon männlich und im Gegensatz dazu sind im Online- und Chat mehrheitlich weiblich. Also ich muss nochmal nachschauen, das sind 68 Prozent der Schreiberinnen sind weiblich, sowohl in der Online-Beratung als auch im Chat. Also es scheint so, dass sich Mädchen leichter tun, ihre Probleme schriftlich auszudrücken oder vielleicht erreichen wir auch die Burschen da weniger. Also wir haben jetzt da leider auch keine Erklärungen. Wir sehen es immer nur quasi an der Statistik, aber da ist einfach ein Riesenunterschied. Sie sind älter und sie sind weiblich, die sich in den schriftlichen Kanälen melden. Also das wäre zum Beispiel auch, was mich jetzt gleich interessieren würde, wenn jemand von euch auch Online-Beratung oder Online-Kontakte anbietet, ob sich das bestätigen lässt, auch bei den anderen, oder ob das ein Phänomen bei uns nur ist. Also Infos dazu gerne, könnt ihr da gerne reinschreiben. Ja, oder ihr entmutet einfach eure Mikrofone und ihr könnt auch reinsprechen. Ich kann jetzt nur von Logo ausgehen, also Logo Jugendinfo. Wir bieten ja an, dass die Leute entweder anrufen, E-Mail oder wie auch immer. Aber das kann jetzt nur persönlich von mir ausgehen. Ich habe jetzt keine Statistiken vor mir, aber bei uns sind mehr weiblich, die sich überhaupt informieren. Also aus meiner Sicht persönlich. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob das Jugendliche sind, die man kennt, die man vielleicht auch so in einem Jugendzentrum eh persönlich kennt und begleitet und die vielleicht dann auch weniger Hürde haben, mal zu schreiben. Also bei uns sind es ja wirklich auch Jugendliche, die wir nicht kennen. Das macht sicher nochmal einen Unterschied. Aber eine hat gerade geschrieben, bei uns sind auch die Mädels schriftlich aktiver. Und präsent im Jugendzentrum sind hauptsächlich Burschen. Spannend. Ich glaube, das ist ja auch so auf Instagram. Instagram sind ja zum Beispiel auch viel mehr Mädels als Burschen aktiver, laut Jugendmonitor. Und ja, ich glaube, die schrifteln einfach gerne. Anita schreibt da, Mädels sind bei unseren TeilnehmerInnen kommunikativer und kontaktfreudiger, auch telefonisch. Ah, auch telefonisch, okay. Vorher hat die Caro Milchraum auch geschrieben. Was ist OLB? Was ist OLB? Offener? Caro, könntest du uns das noch ganz kurz sagen? Online-Beratung meinst du? Ah, okay. Online-Beratung. Okay. Ja, also es dürfte irgendwie ein Trend sein, dass Mädchen sich da einfach offensichtlich leichter tun. Ja, oder eher, ja, eher ihre Gefühle so ausdrücken können. Was bei uns auch irgendwie ein Riesenunterschied ist zwischen Telefon und Online- und Chat ist so die Themenverteilung. Es ist jetzt ein bisschen anders wegen Corona, muss man jetzt auch dazu sagen, weil, also wir hatten in der Online- und Chatberatung im Jahr 2020 bei den Top-Themen waren Eltern und Erwachsene, das war aber aufgrund der vielen Konflikte, die es zu Hause gegeben hat, weil alle im Homeoffice waren. Das ist normalerweise weiter unten. Liebeskummer ist bei uns immer top, also egal ob am Telefon oder Online-Chatberatung. Also das ist so die Ähnlichkeit. Im Corona-Jahr waren es auch psychische Erkrankungen, also die ganzen Angststörungen und Zwangsstörungen und Essstörungen. Also das war ja massiv und depressive Verstimmungen. Das ist normalerweise auch nicht so präsent. Aber was wirklich so die letzten Jahre sich hindurchgezogen hat, waren Themen zu Suizidgedanken, Suizidalität. Die haben wir wirklich massiv. Also im Jahr 2019 war es an zweiter Stelle, jetzt im Jahr 2020 durch Corona war es an vierter Stelle, aber immer noch ganz, ganz oben. Also am Telefon liegt das bei uns an 13. Stelle. nur im Vergleich. Und das ist auch so dieser Eindruck, den wir haben, dass in den schriftlichen Beratungskanälen viel heftigere Themen kommen. Also es scheint ihnen leichter zu fallen, darüber zu schreiben, als am Telefon zu reden. Obwohl sie wissen, auch am Telefon, sie sind anonym, wir unternehmen nichts gegen ihren Willen. Trotzdem macht es noch einmal einen großen Unterschied, also welche Themen da herangetragen werden. Und wir unterscheiden leider statistisch nicht, ob es einen Unterschied zwischen Chat und Online gibt. Das wäre eigentlich auch noch mal spannend, ob es da noch mal einen Unterschied gibt. Weil im Chat ist es ja schon ein intensiverer Kontakt da, weil man steigt in den Chat ein und man schreibt mit einer Beraterin oder mit einem Berater und man geht in Kontakt, weil man auch sofort eine Antwort bekommt. Das ist in der Online-Beratung nicht. Man schreibt ein Anliegen, kriegt eine Antwort. Das heißt, da wäre es auch spannend. Ist dieses weniger in Kontakt sein in der Online-Beratung, vielleicht verstärkt das auch noch, dass sie sich zu Themen melden, die sie mit niemandem besprechen können. Also das können wir jetzt nicht unterscheiden, aber faktumäß sind auf jeden Fall Suizidgedanken wirklich on top und das schon in den letzten Jahren. Und das ist auch ein Trend, der in anderen Ländern auch beobachtet wird. Also generell, dass das Thema viel öfter in der Beratung kommt und in den schriftlichen Kanälen auch mal vermehrt kommt. Ich weiß nicht, ob es da auch Erfahrungen von den anderen gibt. Ob da... Iris, darf ich mich da kurz einschalten? Hallo. Hallo, ich bin Online-Beraterin bei Weil, weiter im Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir sind ja spezialisiert auf Suizid und Suizidalität und Suizidprävention. Wir haben... Wir bearbeiten nur Anfragen mit Suizidgedanken oder Leute, die Freunde haben, die Suizidgedanken haben. Haben bei uns jetzt keinen Anstieg während der Corona-Krise bemerkt. Glauben aber, dass das ein bisschen versetzt passiert. Wie ist das da bei euch, bei Rat, Auftrat? Hast du da den Eindruck, dass jetzt seit Corona mehr Anfragen dazu kommen? Nein, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Das ist bei uns schon seit Jahren ganz top, top. Normalerweise an zweiter Stelle und durch Corona war es an vierter Stelle, weil einfach diese psychischen Erkrankungen und Konflikte mit Eltern einfach massiv da waren. Aber das ist eher so ein bisschen dieser Corona-Ausreißer gewesen. Aber sonst ist es auch ganz oben. Also es ist auch in der Telefonberatung gestiegen natürlich, aber es ist da viel weiter unten von den Themen als in den schriftlichen Kanälen. Und bei euch können sie sich, da melden sie sich aber schriftlich, glaube ich, oder? Können die auch anrufen? Ja, das ist reine Online-Beratung. Okay. Wie lange warten Sie da bei euch auf eine Antwort? Bei der Erstantwort dauert es maximal 48 Stunden, bis wir antworten. Und wenn man dann im Gespräch ist, in der Beratung ist, bis zu vier Tage. Also die vier Tage sind auch wegen der Suizidualität ganz wichtig, dass das auch wieder abklingen kann. Okay. Ja, also das ist auch so ein bisschen, weil ich im Titel die Chancen und Herausforderungen in der Online-Beratung, also ich glaube, dass das wirklich eine Chance ist, weil man damit einfach Jugendliche auch unterstützen kann, die sich anders ganz schwer nur Hilfe holen würden. Deswegen ist das einfach so wichtig, dass es dieses Angebot, auch dieses schriftliche Angebot gibt. Genau. Also ich habe manchmal gerade so in der Online-Beratung den Eindruck, dass es auch für die Schreiberinnen auch so ein ganz wichtiges Tool auch ist, sich alles irgendwie von der Seele zu schreiben. Also die verwenden das wirklich auch als Strategie, um mit belastenden Situationen umzugehen. Manchmal ist es auch wirklich so, dass ich so das Gefühl habe, es geht gar nicht so sehr um unsere Antwort, sondern wirklich um dieses, ich schreibe alles mal auf und deponiere das mal. Das ist im Chat eine ganz andere Dynamik. Also da geht es beim Chat schon darum, okay, was kriege ich zurück? Irgendwie reagieren die auf mich? Und in der Online-Beratung ist es wirklich auch mal, ich schreibe alles, was mich belastet, was sich da aufgestaut hat, mal rein. Und wir kriegen auch die Rückmeldung, dass das einfach gut tut. Jetzt hat noch wer geschrieben, wenn Suizidalität generell Platz 2 ist, was ist Platz 1? Habe ich eh gesagt, aber vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Platz 1 ist normalerweise bei uns Liebe, Liebeskummer. Also alles, was so um ich bin verliebt, um das Thema Liebe dreht. Weil wer hat das? Jutz hat das gefragt, glaube ich. Genau. So, jetzt bin ich gerade rausgekommen, was habe ich gesagt? Genau, dass dieses von der Seele schreiben, das ist für viele eine ganz wichtige Ressource ist. Und es ist auch unsere Erfahrung, dass gerade die SchreiberInnen in der Online-Beratung, die kriegen wir fast nicht ans Telefon. Also wir haben ja auch SchreiberInnen, die sich über eine lange Zeit melden, wo es auch wirklich Sinn machen würde, auch mit ihnen mehr in Kontakt zu kommen, was am Telefon ja viel leichter möglich ist. Da kann man nachfragen. Da kann man schauen, gibt es jemanden, der vor Ort ist, der sie unterstützen kann. Also das geht natürlich in der Online-Beratung alles nur begrenzter. Aber das ist ein Klientel, was sich so gut wie gar nicht ans Telefon bringen lässt. Also die würden sich das nie trauen, sagen auch, sie können über das, was sie belastet, niemals reden. Und wollen auch nicht so intensiv in Kontakt kommen, ist mein Eindruck. Also es gelingt bei den Chattern, die ja auch schreiben, viel eher, weil die sind ja im Chat auch in Kontakt, direkt mit dem Berater. Das ist ja ein Ping-Pong, ein Hin und Her. Und das gelingt bei den Schreibern kaum. Wolltest du vorher was fragen, Dagmar? Weil du so angesetzt hast. Nein. Ich habe mir ganz viel gedacht dabei, aber ich wollte nichts sagen. Also das wäre auch spannend, ob das ein Trend ist, den nur wir feststellen, ob andere das auch so erleben. Aber ja, also bei uns ist es auf jeden Fall ein Thema. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen meinen Faden verloren. Das macht nichts, dann frage ich halt. Ja. Ja, also was wollte ich jetzt fragen? Ich wollte fragen, ich bin im Jugendzentrum, also es sind ja einige da, die in Jugendzentren arbeiten oder als Jugendcoach oder was auch immer. Ich glaube, zurzeit ist ja wichtig, dass man mit Jugendlichen in Kontakt tritt und dass man in Kontakt irgendwie, dass sie halt entweder was von der Seele schreiben können oder dass sie anrufen. Gibt es da so Tricks oder Tipps von dir, wo du sagst, hey, auf was sollte man achten oder was sind auch die Fehler, die man machen kann? Kannst du uns da auch... In welchem Kanal jetzt? Weiß ich nicht. Also es kommt darauf an, sagst du, wie soll man in Kontakt treten? Was soll man beides? Also man soll schauen, dass man schriftlich mit Jugendlichen in Kontakt tritt. Man sollte auch, dass sie telefonisch mit mir oder persönlich noch mit mir quatschen können. und ja, oder welche Kanäle würdest du sagen, soll man anbieten? Irgendwie hast du so Tricks? Also ich würde sie mal fragen. Also ich würde ihnen... Also ich glaube, es wäre schon wichtig, ihnen zu sagen, hey, ich würde gerne mit dir in Kontakt bleiben. Und ich würde mich gerne bei dir melden. Und was passt eher? Ist es dir lieber, wenn ich mal anrufe oder wenn ich eine SMS schreibe oder dir ein E-Mail schreibe? Ich würde fragen. Ja, weil die Erfahrung ist, dass gerade momentan einfach aufgrund manchmal beengter Wohnverhältnisse oder dass sie einfach auch nicht rausgehen dürfen, weil die Eltern manchmal auch sehr besorgt sind, oft kaum Möglichkeiten haben zu telefonieren. Manchmal ist auch das Schreiben schwierig, weil manchmal gibt es halt keinen eigenen... Also manchmal ist das Guthaben beim Handy aufgebraucht, weil sie das eh für die Schulsachen verwenden müssen. Also ich würde wirklich nachfragen, wie es ihnen lieber ist, in Kontakt zu treten und auch die Möglichkeit bieten, ob es eine Art Zeit gibt, wo man dann wie von die Betreuer oder die Sozialarbeiterin auch, dass die Jugendlichen auch in Kontakt treten können. Aber ich glaube, es ist wichtig, ihnen zu sagen, hey, ich bin weiter interessiert, weil das, was wir halt jetzt schon gerade auch... Was jetzt eh auch in den ganzen Medien ist, also es geht vielen einfach extrem, extrem schlecht mittlerweile. Also dieses... Also ganz am Anfang von Corona, sie wollten irgendwie Tipps, wie schaffen sie das alles unter den Hut zu bringen, auch mit Lernen, motivieren und strukturieren. Und jetzt... Also jetzt traut man sich ja schon gar nicht irgendwie... Also es macht auch gar keinen Sinn mehr, ihnen einen Tipp zu geben, weil die wissen schon alles. Aber die schaffen es einfach trotzdem nicht. Es ist einfach so belastend und so schwierig, wo es wirklich darum geht, hey, du musst jetzt nicht funktionieren, sondern schau mal, gibt es was, was du dir Gutes tun kannst. Du kannst ja Freunde treffen. Ich erlebe das auch, dass ganz viele Jugendliche auch so extrem streng mit sich sind. Also die nicht einmal die Freiheiten nützen, die es ja vom Gesetz her gibt, wo sie dann oft verunsichert sind und sagen, ja, ich dürfe eh eine Freundin treffen oder auch draußen treffen. Also das sind schon so unsere Erfahrungen, dass manchmal das auch zu wenig genutzt wird. Also große Angst da ist, ich mache dann was falsch, ich halte mich dann nicht an die Vorgaben. Gibt es eine Frage, aber gibt es bestimmte Dinge, die man in der Chatberatung ganz allgemein beachten sollte? Ich habe den Eindruck, die Chatberatung lädt ein bisschen dazu ein, so in dieser Problemtrance zu bleiben. Also wir haben schon viele Chatter, also gerade jetzt aus ganz schwierigen Situationen kommen oder einen sehr problembelasteten Hintergrund haben, weil das ist ja so super anonym. Wir sehen ja, also wir sehen wirklich nur diese IP-Adresse, die ja auch jedes Mal anders ist. Ja, der Vorteil bei uns, ich weiß nicht, das habe ich vergessen zu erwähnen, denn am Telefon sehen wir ja die Nummern, alle Nummern, auch die Unterdrückten, weil wir eine Notrufnummer sind. Das heißt, wenn sich jetzt jemand, eine Anruferin, einen Anrufer bei uns meldet und sehr häufig meldet, dann sehen wir anhand der Nummer, dann schauen, okay, das ist dieselbe Person. Und dann besprechen wir, okay, welche Ziele können wir mit dem erarbeiten, macht es Sinn, dass der einen Bezugstelefonberater, Beraterin bekommt, weil sonst breitelt sich das im ganzen Team aus und überall werden Erstgespräche geführt. Und im Chat, geht das halt nicht, weil da ist nur die IP-Adresse. Das heißt, wir können die Leute eigentlich nicht zuordnen. IP-Adresse ändert sich oft, wenn sie über das WLAN einsteigen oder mit dem Handy unterwegs sind. Und das lädt eben dazu ein, dass man manchmal immer ein Erstgespräch führt, also immer die Belastung, die da ist, erzählt. Aber man kommt dann nie so weit wirklich so in diese, was kann man ändern, wo gibt es Anlaufstellen? Also so weit kommt es dann oder es dauert viel länger und eben in dieser Problem-Trance drinnen hängen. Also immer nur über das, was schwierig ist, belastend ist. Das verleitet ein bisschen dazu. Also wenn du mich konkret fragen würdest, was man beachten soll, glaube ich, würde es mir leichter fallen oder mit welchem Fokus oder... Also wir fragen ganz am Anfang in der Chatberatung, haben wir so einen Standardsatz auch, dass sie uns mitteilen sollen, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen und wie alt sie sind, halte ich auch für wichtig, weil das sind so Basic-Infos, wo ich mir dann als Beraterin einfach leichter tue. Es wird auch in Zukunft, werden wir auch sehen, ob sie aus dem Ausland sich in den Chat kommen oder nicht, weil das hatten wir auch oft aus Deutschland und dann ist, wie gesagt, das Problem, wir erklären ja nicht das österreichische Recht, wie die Jugendschutzrechtslage ausschaut oder wie die Kinder- und Jugendhilfe arbeitet, dass es Krisenzentren gibt und dann stellt sich irgendwann raus, weil die leben ja gar nicht da. Deswegen, das werden wir in Zukunft sehen und das ist auch sehr hilfreich, ob jemand aus dem Ausland kommt oder nicht, weil denen ist das meistens gar nicht so klar, die lesen das gar nicht so genau. Ich meine, Chatberatung allgemein dauert extrem lange. Also ich habe so das Gefühl, sie steigen ein und man fragt sie, hallo, schon dass du da bist, über welches Thema magst du schreiben und dann chattet man eigentlich fast über eine Stunde und gefühlt wäre man am Telefon nach zehn Minuten bei dem Punkt, weil sie manchmal sich auch Zeit lassen mit dem Antworten. Es ist nicht so, dass das total schnell hin und her geht und es dauert viel länger, weil man hat halt auch wenig Informationen zur Verfügung, es ist nur das Schriftbild, das heißt, man muss viel nachfragen und da auch mehr Klarheit zu bekommen, okay, welche Richtung kann es eigentlich gehen? Also es dauert viel, viel länger. Aber was ich eh schon gesagt habe, ist, gerade in sehr belastenden Situationen gelingt es eher, sie auch ans Telefon zu verweisen. Also wir machen das dann auch oft so, dass wir sie direkt fragen, hey, magst du dich nicht am Telefon melden? Ich bin da und da erreichbar. Da geben wir dann auch unseren Vornamen weiter, wenn es sein muss, um sie so ein bisschen anzutocken, ein bisschen zu binden, dass sie einfach, dass sie mir noch leichter fällt, am Telefon sich zu melden und das gelingt auch eher bei den Chattern. Aber ihr seid ja auf Instagram auch, hast du gesagt, und schreiben dann jugendliche unter Brust vielleicht da irgendwelche Orgenssachen ein und wie reagiert sie dann? Also irgendwie, keine Ahnung. Also ich glaube, ja, ich bin nicht in der Social Media Gruppe und ich habe kein Instagram. Ich bin leider sehr altmodisch. Aber ja, kommt immer wieder vor und die Kollegen, die Kolleginnen, die das, die Social Media betreiben, sagen ganz, ganz klar, hey, hol dir bitte Hilfe, wir sind jetzt erreicht beim Telefon. Manchmal schicken sie uns auch die Nachricht, das könnte sich jemand melden, der zum Beispiel auf Insta war, dem es nicht gut geht, dass wir ein bisschen vorinformiert sind. So, aber wir bieten, wie gesagt, keine Beratung an. Das ist schon ganz klar, weil wenn man so Ausnahmesituationen was anbietet, dann öffnet man da die Türe und dann kommen ganz, ganz viele. Sie würden es sich, glaube ich, wünschen, über diese Kanäle beraten zu werden. Aber das bieten wir einfach nicht an. Der Heimo schreibt was. Rad auf Draht gibt es da schon lange und manche Erwachsene haben die Beratung vielleicht als Jugendliche in Anspruch genommen und gute Erfahrungen gemacht. Melden sich viele Eltern? Ja, jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf. Es sind sehr, sehr viele geworden. Wir bewerben es extra nicht, weil sich sonst, glaube ich, noch viel mehr Eltern melden würden. Wir grenzen es auch wirklich ein. Wir beraten Eltern, aber es melden sich auch WG-Betreuer, Sozialarbeiter. Immer nur dann, wenn es um die Jugendlichen geht, also Kinder und Jugendliche. Wobei, also es verschwimmt dann manchmal, also gerade so in Scheidungssituationen geht es zuerst um das Kind und dann geht es eigentlich um die Scheidung oder um den Partner, Kinder im Konflikt. Und da muss man halt dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt wirklich das Erwachsene-Thema und für das Thema bitte woanders melden. Weil die Erfahrung ist, dass die Elterngespräche sehr lang dauern, also auch am Telefon, im Chat, melden sie sich sehr, sehr selten in der Online-Beratung auch sehr, sehr selten. Also Eltern rufen an, wenn sie sich bei uns melden und da dauern die Gespräche lang und da wir einfach die Ressourcen für die Eltern nicht haben, unsere ganzen Fördermittel kommen ja für die Kinder und Jugendliche, versuchen wir das wirklich zu reduzieren und es gibt seit kurzem auch die Elternseite. Da wurde jetzt auch ein bisschen Werbung gemacht, also manche haben das schon mitbekommen. Das ist unter dem Decknamen Mantel Rad auf Draht, macht aber jetzt niemand von uns im Team, aber jemand, unser neuer Träger, genau das habe ich auch vergessen zu sagen, unser neuer Trägerverein, wir sind ja nicht mehr beim ORF, wir sind ja jetzt schon seit vielen Jahren bei SS Kinderdorf und die haben diese Elternseite ins Leben gerufen, wo man auf dieser Homepage findet man ganz viele Inhalte zu, also Beratungsinhalte zu jugendrelevanten Themen, also es sind viele Artikel und man kann eine Beratung in Anspruch nehmen, eine Videoberatung. die ist normalerweise, sie sollen zahlen, wie viel sie zahlen können, das heißt, die, die kein Geld haben, also die Eltern oder Erwachsene, die kein Geld haben, zahlen halt auch nichts und andere vielleicht mehr, also das ist jetzt gerade am Entstehen, das heißt, die Beratung, die stattfindet, ist eine Videoberatung oder Online-Beratung für Eltern. Videoberatung, gibt es das auch für Jugendliche? Warum nicht? Oder wollen die nicht? Gute Frage, warum es das nicht gibt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es uns noch nie gestellt. Okay, vielleicht brauchen Sie es. Keine Ahnung. Nein, ich glaube, es ist auch ein bisschen, weil wir ja anonym sind. Also das ist ja schon unser, wir stellen uns ja am Telefon nicht mit Namen vor. Es ist ja wirklich eine Ausnahmesituation, dass wir unseren Vornamen weitergeben. Das machen wir wirklich nur bei so Stammanruferinnen, die wir über einen langen Zeitraum begleiten, die auch vor Ort noch nicht anzubinden sind. Sonst sind wir anonym und die Jugendlichen und Kinder sind auch anonym. Wobei Kinder, die Jüngsten, die anrufen oder sich melden, sind meistens elf. Also davor ist es wirklich die Ausnahme. Und die sagen nicht gleich, hallo, ich bin die, keine Ahnung. Nein. Also bleiben anonym. Ganz, ganz selten. Das wissen Sie und ganz, ganz selten, dass Sie den Namen Also das ist wirklich die Ausnahme, dass Sie den Namen sagen. Ich glaube, das wissen Sie. Und das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum wir keine Videoberatung anbieten, weil wenn Sie uns dann sehen würden, dann ist es komisch, wenn man dann keinen Namen, glaube ich, dazu hat. Also das würde irgendwie nicht passen. Ja. Genau, also Eltern versuchen wir jetzt wirklich auf die Elternseite zu bringen. Ob das gelingt, wissen wir noch nicht, aber sie würden sich, glaube ich, also ich habe den Eindruck, es ist ein sehr, sehr großer Bedarf für die Eltern da, sich zu melden, Unterstützung zu bekommen, auch eben zu Abendstunden, wo die Kinder im Bett sind, wo sie anrufen können, also das heißt auch zu Stunden, also zu Uhrzeiten, wo viele Beratungsstellen einfach zu haben. und ich glaube auch, dass so telefonische Beratung oder so niederschwellige Beratung auch für die Eltern in Erziehungsfragen oft auch erleichternd ist, weil manchmal merkt man richtig, wie so eine Last abfällt, weil sie es jetzt mal erzählen konnten. Also sie sind ja auch anonym. Das heißt, die können uns am Telefon auch sagen, jetzt ist ein Streit eskaliert. Und also ich glaube, das tut man sich schon viel schwerer, wenn das in einer Fest-to-Fest-Beratung wäre. Also der Bedarf, finde ich, ist extrem groß und auch gerade jetzt beim Corona ganz, ganz viel, auch wo gerade auch bei den jüngeren Kindern, wo sie bemerkt haben, die zeigen sehr auffälliges Verhalten, auch viel so Angstsymptomatiken, Zwangssymptomatiken und wo es einfach auch, wo sie gesagt haben, sie haben zwar einen Termin bei einer Beratungsstelle, aber erst in ein paar Wochen und sie wollen jetzt schon was und brauchen jetzt schon was. So, jetzt war noch eine Frage da. Genau, ich lese dir vor sonst, okay? Meldet ihr Nummern, Kontakte in Notfällen auch weiter, zum Beispiel, wenn konkrete Suizidäußerungen seitens der Jugendlichen kommen? Das ist die erste Frage. Also das, da sind wir auch ganz klar, dass wir ihnen kommunizieren. Wir unterliegen der Schweigepflicht und sind aber verpflichtet in einer Ausnahmesituation, wenn ihr Leben oder das Leben von einer gefährdet ist, Polizei und Rettung zu rufen und erklären ihnen aber dann auch, was das heißt. Das heißt nicht, wenn sie über Suizidgedanke reden, dass wir dann informieren, sondern wenn wir wirklich merken, dass am Ende von dem Gespräch die Anruferin nicht stabil genug ist, die Nacht zu überleben oder in den nächsten Stunden, dann müssen wir Polizei und Rettung informieren. Und das machen wir auch und das machen wir auch im Chat. Im Chat ist es auch nochmal viel schwieriger, weil da haben wir ja nur die IP-Adresse. Das heißt, wir haben jetzt eine Stelle, wo wir diese IP-Adresse weitergeben und wir versuchen dann, Jugendlichen zu finden. was wesentlich schwerer ist als am Telefon. Also meine Erfahrung ist, mit der Nummer, die wir sehen, wenn wir die weitergeben, werden eigentlich die meisten Jugendlichen auch gefunden. IP, glaube ich. Also es ist dann, man macht halt was, weil die steigen halt dann meistens aus dem Chat doch aus. Also das ist so dieses klassische Szenario, Suizidgedanken, die im Chat besprochen werden. Man hat das Gefühl, es geht eigentlich so, es ist eigentlich schon in Richtung Entlastung und dann kommt nochmal so eins drauf am Ende so jetzt geht nichts mehr und dann steigen sie aus. Und dann bleibt eine, dann ist es total schwierig abzuwägen, wie akut ist die Suizidgefahr jetzt und dann muss man irgendwas machen und dann haben wir halt nur die Möglichkeit, diese IP-Adresse weiterzugeben. Aber ich muss dazu sagen, das ist ganz, ganz selten, auch am Telefon ist es ganz selten. In den meisten Fällen gelingt es gut, jemanden enttet, dass man gemeinsam jemanden anruft, Freund, Freundin, die vorbeikommen kann für die nächsten Stunden. Wir machen uns auch manchmal mit den Jugendlichen aus, dass wir sie zurückrufen. Das machen wir ja sonst gar nicht. Aber bei akuter Suizidalität, wenn da niemand kommen kann, der bei Ihnen ist, in dieser Krisenlacht oder in diesen schwierigen Stunden, dass wir auch sagen, hier ist es okay, wenn wir uns in zwei Stunden melden, wir besprechen, was können Sie in den nächsten ein paar Stunden machen, um vielleicht ein bisschen Abstand zu kriegen, mehr Stabilität zu kriegen. Und dann, das ist halt nicht so, ich muss es aushalten bis am nächsten Tag in der Früh, sondern ich muss es jetzt mal zwei Stunden aushalten, dann melden die sich wieder und jedes Mal schaut man, wie man tut. Weil die Gefahr ist halt immer, wenn man gegen ihren Willen halt die Rettung informiert, ist halt die Gefahr da, dass die sich halt später dann auch nicht mehr melden, weil das ein ziemlicher Vertrauensbruch auch ist. Lustig, also lustig ist es nicht, aber spannend ist manchmal, dass auch in so akuten, suizidalen Situationen, also wo sie wirklich vor allem ältere Jugendliche dann anrufen und vielleicht schon was genommen haben oder wirklich, also wo man, sie sagen selber, ich weiß nicht, ich bin jetzt kurz davor, ich tue mir jetzt was an, wo man eigentlich in relativ kurzer Zeit, nach einer Viertelstunde schon sagt, hey, wollen wir nicht gemeinsam die Rettung rufen? Ja, das wäre gut, wenn du da in Sicherheit kommst und sie sagen ja und wir rufen gemeinsam die Rettung. Also ich finde das spannend, dass sie nicht von sich die Rettung rufen in der Situation, obwohl man dann merkt, das ist eigentlich ein Wunsch und sie wollen das, das ist okay. Aber es ist vor allem dann doch eher leichter, bei uns anzurufen und wir machen das dann gemeinsam, also das ist auch was, was wir oft machen, dann gemeinsam auch die Rettung rufen und vor allem dann auch dranbleiben, wenn die informiert sind, bis dann wirklich die Rettung kommt, weil das nochmal eine ganz schwierige Zeit ist. Wenn die wissen, okay, jetzt kommt die Rettung zu mir nach Hause oder wenn ich draußen wo bin, dass wir dranbleiben und diese Zeit überbrücken, bis sie wirklich dann gekommen sind und in Sicherheit sind. Ja, der Thomas hätte sonst noch eine zweite Frage, aber ich glaube, du hast sie eh schon ein bisschen beantwortet und zwar gibt es Strategien, Tipps, wie es Beraterinnen besser gelingen kann, aus belasteten Geschichten aussteigen zu können. Zum Beispiel ein Jugendlicher ruft an, erzählt von Gewaltsituationen zu Hause oder äußert Suizidgedanken und legt dann auf und meldet sich nicht mehr. Also ich habe so den Eindruck, je öfter man die Themen hat, umso mehr kann man sich auf sein inneres Gefühl verlassen. Also das klingt jetzt komisch, aber es gibt, ich sage es jetzt mal bei den Anruferinnen, weil ja noch mehr an Übertragung auch kommt, da ist es auch ein bisschen leichter abzuschätzen, aber es gibt Jugendliche, die Suizidgedanken äußern und ich erlebe eine totale innere Panik und bei anderen habe ich das nicht ganz so und an dem mache ich es ein bisschen fest auch, ob ich interveniere oder nicht. Und also jetzt nur, weil jemand Gewalt erlebt, heißt das nicht, dass ich intervenieren muss, weil die würde ich wahrscheinlich verlieren, wenn ich gegen ihren Willen interveniere. Ich werde schon Ihnen sagen, ich mache mir totales Sorgen, wie kannst du heute Nacht dafür sorgen, dass du in Sicherheit bist, gibt es die Möglichkeit, das Zimmer abzusperren, gibt es die Möglichkeit, in ein Krisenzentrum zu gehen, aber da gegen den Willen intervenieren, also wenn, da muss wirklich Lebensgefahr bestehen, dass sich das aufs Spiel setzt, dass die sich womöglich nämlich nicht mehr melden, weil sie es nicht wollen. Und so ähnlich ist es auch bei Suizidgedanken, dass man mit ihnen bespricht, wie halten sie es aus und halt engmaschig, aber da kann wahrscheinlich die Kollegin von Weile eher auch viel beitragen, also engmaschig einfach, also nicht so, du musst es jetzt ewig aushalten, sondern hey, ich bitte an, ich mache mir Sorgen, wir melden uns, wir hören uns morgen oder wir schreiben uns morgen, weil das ist auch was, an dem so ein Anker, an dem sie halt auch anknüpfen können. Und manche, also wie soll ich das sagen, also gerade im Chat ist es manchmal auch dieser Wunsch, ich bin wichtig, wenn sich andere Sorgen machen, also wir haben das im Chat schon immer wieder, gerade am Ende, dann noch so eine Suizidankündigung, wobei das sind Klienten, die sich immer mit diesen Suizidgedanken melden, wo das auch chronisch ist, wo jedes Mal auch zu intervenieren keinen Sinn macht, also wo man schon das Gefühl hat, da geht es jetzt mehr, die fühlen sich halt wichtig und ernst genommen, wenn sie auch die anderen in Sorgen zurücklassen, ja, wo es natürlich gut wäre, dieses Gefühl auch dann im nächsten Chat mit ihnen zu besprechen oder beschreiben. Aber es ist eine, es ist, finde ich, ganz, ganz schwierig, wenn jemand aussteigt und das im Raum steht. Caro, willst du was dazu sagen? Ja, kann ich gerne. Ich sehe das genauso, also wir haben es ja in der, wir haben ja nur die Mailberatung und keine Chatberatung, das stimmt, das ist noch einmal was anderes, wenn es um Suizidalität geht, aber für mich als Beraterin ist es auch sehr schwierig, wenn sie eine Jugendliche oder ein Jugendlicher meldet, mit schon sehr konkreten Suizidgedanken auch, das heißt, wie er es angehen möchte, welche Methoden, Ideen er hätte und dann schreibt man zurück, man antwortet und es kommt nie wieder was oder es kommt eine Nachricht und dann hört man aber nie wieder was davon. Oder es ist, man hat eine längere, längerefristige Beratung und dann ist es eine große Krise und dann hört man auch nie wieder was davon, das ist als Beraterin total schwierig, wenn man sich denkt, was ist jetzt passiert? Ist es gut oder ist es schlecht ausgegangen? Und das wird man halt nie erfahren, außer die Person, weil jetzt nochmal. Also da ist ein Abgrenzungsritual, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das denke ich mir. Aber es ist ja ein, also ich denke mal, es ist ja auch, also wenn sie es beschlossen hätten, würden sie sich melden. Also dieses in Kontakt treten und darüber zu reden oder in der Online-Beratung zu schreiben, ist ja auch wirklich so dieser Anteil im Inneren, der ja leben will. Und also dadurch, dass wir schon viele auch haben, die sich langfristig melden, kriegen wir ja schon mit, haben die das überlebt oder nicht, sei es jetzt am Telefon oder auch in den schriftlichen Kanälen. Ich meine, manchmal weiß man es nicht. Und ja, ich habe da schon, ich habe dieses, ich denke mal, meine Erfahrung ist, dass die Jugendlichen sich meistens nicht melden, weil es ihnen gut geht. Also das ist so unsere Erfahrung, wobei wir natürlich nicht nur mit Suizidalität zu tun haben, aber die Erfahrung ist, dass ich, also ich mache mir dann oft Sorgen über eine Anruferin oder eine Schreiberin und dann melde sie sich nach Monaten wieder und dann erfahre ich, okay, jetzt geht es dir gerade wieder total schlecht und in der Zeit davor ist sie gut gegangen. Also es kann auch ein gutes Zeichen sein, wenn sich jemand nicht meldet. Das muss jetzt nicht immer heißen, dass es wirklich was passiert. Da hätte ich noch eine Frage gleich. Ist eigentlich bei Rad auf Quadrat rufen Jugendliche an, einfach nur um zu quatschen, ohne dass sie echt ein Problem haben, sondern einfach nur reden. Ja. Wenn es ihnen gut geht, also ein Witz erzählen, was weiß ich, einfach nur quatschen. Also wir haben auch nach wie vor, weil du das Ganze im Eingang erwähnt hast, wir haben natürlich auch gerade die Jüngeren, die zum Spaß anrufen, gerade wenn es um das Thema Aufklärung geht. Oder die wenigsten trauen sich da ernsthaft. Ich meine, ernsthaft ist so eine Sache, die rufen halt an und lachen furchtbar. Und wenn sie merken, wir erklären ihnen eigentlich alles ziemlich genau, dann plötzlich kommen die ganz neugierigen Fragen. Aber es sind nicht immer ganz ernste Themen. Also es sind natürlich auch welche, die austesten, die schauen, wie reagieren die überhaupt. Ich erlebe aber dann immer wieder Situationen nach einem Krisengespräch mit einem Jugendlichen, der dann ganz am Ende sagt, hey, ich habe euch als, wie ich jünger war, mit Freunden immer angerufen und Verarschungen gemacht und ihr wart jetzt die einzige Nummer, die mir in der Krise eingefallen ist. Und das ist dann auch so schön, weil ich mir denke, okay, auch das macht Sinn, dieses In-Kontakt-Reten und dieses, auch mal einen Scherz zu machen oder einen Witz zu erzählen. Ja, weil die Nummer bleibt ihnen präsent und sie wissen, sie können auch in einer Krisensituation anrufen. Genau. Und ich würde mir echt, ich bin echt gespannt. Ich habe mir die Nummer nämlich nicht angeschaut und ich habe keine Homepage angeschaut und überlegt einmal die Nummer von Rad auf Draht. Könnt ihr die Nummer? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt uns die Nummer in den Chat rein oder denkt sie einfach nur und ohne nachzugoogeln, wie geht die Nummer von Rad auf Draht? Das würde mich interessieren. Ich habe das auch so arg gefunden. Ich habe wirklich ewig lang überhaupt mit Rad auf Rad zu tun gehabt und ich kann sie noch immer. 147. 1,4,7. Das ist ja so gedacht, dass gerade die jüngeren Kinder einfach von oben nach unten tippen, dieses 1,4,7. Und deswegen habe ich nicht gedacht, dass das einfach nur so zum Runtertippen ist. Ich habe noch, bei mir waren die Wählscheiben ja noch, also so. Ja. Ja, aber da kamen dann schon bald einmal die Kastentelefone, glaube ich. Genau. Ich habe noch eine Frage und zwar gibt es eine Uhrzeit. Von wann bis wann habt ihr diese Beratungen jetzt? Nachmittags, oder? Nein, also die Chatberatung ist bei uns zwischen 18 und 20 Uhr, immer von Montag bis Freitag. Das haben wir jetzt ausgedehnt, weil einfach ein großer Anprang ist. Feiertag deswegen nicht, weil das einfach schwieriger zu besetzen ist und am Sonntag auch Zulagen anfallen würden. Jetzt rein arbeitsmäßig. Und Online-Beratung können Sie immer die Fragen stellen, Sie werden aber nur von Montag bis Freitag beantwortet in Online-Dienstschichten. Gibt es da so, das würde mich jetzt wieder interessieren, gibt es da so einen Zeitpunkt, wo am meisten Fragen gestellt werden oder ist das wurscht? Wird das so tröpfelt? Und Telefon meinst du oder Online? Generell, also ist egal, du kannst es vielleicht, wenn es das Telefon ist, und Online extra, also ich würde mich sagen. Online habe ich es mir noch nie angeschaut, obwohl es eigentlich das System anzeigen würde, wann die Fragen gestellt sind. Ich vermute, es wird der Abend sein. Also am Abend haben Sie Zeit zu schreiben, sind Sie ungestört. Vermute ich jetzt einmal. Deswegen haben wir auch den Chat in die Abendszeit gelegt, aber nicht zu spät. Aber war das wirklich von 6, also von 18 bis 20 Uhr können die meisten eigentlich ganz gut chatten, weil sie nicht mehr in der Schule sind und Freizeitsachen, Kurse eh schon vorbei sind. Am Telefon hat sich das, kann man das gar nicht mehr so sagen. Also es war früher meistens so, dass am Nachmittag nach Schulende viele sogar noch aus Telefonzellen anrufen und ihr so auch manchmal lustig oder Fragen zum Thema Aufklärung stellen und dann ab Abend dann wirklich alle schwierigen Themen und auch am Vormittag. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Also manchmal ist man am Nachmittag da und man hat lauter ernste Krisengespräche. Man kann es gar nicht mehr sagen. Also man kann keine Urteile mehr angeben. Das ist total unterschiedlich. Okay, danke. Ihr habt hier Fragen an die Iris. Rein in den Chat oder entmutet euer Mikro. Jetzt können Sie fragen. Jetzt können Sie alles fragen, was Sie wissen wollen. Nö, zur Zeit noch nicht. Vielleicht kommen Sie später, Iris. Was wollt ihr jetzt noch? Ja, vorher war, glaube ich, noch so eine Frage an Tipps für die Chatberatung. Ich meine, das sind jetzt so banale Dinge, aber zum Beispiel achten wir sehr darauf, was für Wörter verwendet werden. Schreibt eine Jugendliche über ihre Mutter oder über ihre Mama. Also auch ähnliche Wörter schaffen Nähe, weil die Schwierigkeit gerade in der Online-Beratung ist. Also im Chat ist es ja viel leichter, Nähe herzustellen. Was ist ein Pingpong? Man schreibt hin und her. In der Online-Beratung hat man das gar nicht. Das heißt, das ist wirklich, manchmal schreiben die auch nur einen Satz in der Online-Beratung. Also wirklich so, alles ist furchtbar, alles ist scheiße, ich schaffe es nicht mehr, bitte helft mir. Wo man überhaupt keine Informationen hat, was ist eigentlich so schwierig. und wo man dann halt versucht, irgendwie trotzdem in Kontakt zu treten und so ein bisschen Psycho-Edukation zu machen. Vielleicht sind gerade ganz viele schwierige Sachen passiert in deinem Leben und was kann man tun, wenn es einem schlecht geht. Gibt es eine Vertrauensperson, mit der man reden kann? Sie können uns schreiben. Aber da muss man so irgendwie ins Nichts hinein auch Vorschläge machen. Also es ist manchmal schon wirklich herausfordernd in der Online-Beratung, weil manchmal einfach wenig kommt, manchmal hat man Glück und es kommen ganz, ganz lange Anfragen, wo man sich ein gutes Bild machen kann. Ja. Eine Frage war noch, wie vernetzt ihr euch mit Schulen? Also wir von uns vernetzen uns ja nur, wenn das auch gewünscht wird von den Anruferinnen oder von den Klientinnen und Klienten. Mit den Schulen habe ich jetzt, also meistens sind es eher Vernetzungen mit Beratungsstellen oder auch mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, wo sie in Behandlung sind oder mit Psychiatern, wenn es Krankenhausaufenthalte gibt. Schulen hätte ich es jetzt, glaube ich, noch nie gehabt. Würde mir jetzt in meiner langen Zeit Berat auf Draht nicht einfallen, dass wir uns mit einer Schule vernetzt haben. Oder was war die Frage, wenn es um einen bestimmten Schüler, Schülerin geht? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Caro die Kürtung passt. Entschuldige. Ja, Iris, ich wollte noch wissen, ob ihr irgendeine Zusammenarbeit mit Schulen, Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeiter habt oder wie ihr das, ob ihr die Folder irgendwie auflegt oder ob ihr da irgendeine Vernetzung grundsätzlich führt. Also wir haben jetzt gezielt mit Schulsozialarbeit keine Vernetzung. Also es ist halt schon so natürlich, dass wir, wenn es um Ressourcen geht, schauen, hey, gibt es für euch eine Schulsozialarbeiterin? Wie ist die so? Also so sie vorbereiten, dass sie den Mut haben, selbst auch aktiv zu werden. Aber dass wir jetzt aktiv vernetzt werden, nicht. Ich meine, während dem Lockdown gab es schon eine Art von Vernetzung, weil die uns im Chat auch unterstützt haben. Das waren aber die Schulpsychologinnen, glaube ich. Genau. Die auch noch, also da wurde der Chat erweitert auch noch während dem ersten Lockdown und da gab es so eine Art Kooperation, dass die uns in unserem Chat auch zusätzlich noch beraten haben. Aber sonst nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Danke. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar Jugendzentrum, Jugendcoaching, was auch immer. Es gibt immer wieder so Tage oder auch irgendwelche so Fälle, wo ich dann eigentlich, wie soll ich sagen, ich hätte gerne eine Listen, wo ich dann weiß, wo ich mich hinwenden könnte. Ich glaube, deswegen ruft er zum Beispiel ein WG-Typ an und weiß nicht, was er tun soll oder was auch immer. Gibt es so etwas online irgendwo, dass man zum Beispiel für die Steiermark eine gesammelte Liste findet? Weil ich persönlich, ich bin bei Logo ja auch für Rat und Hilfe zuständig und ich finde es immer super schwierig, dass ich irgendwo alles zusammen, dass ich das zusammentragen muss, dass ich irgendwie eine Listen habe, wo gibt es das, wo gibt es das, wo gibt es das, aber habt ihr da eine tolle Liste für uns? Also wir haben eine interne Datenbank, die innerhalb von diesen 30 Jahren gewachsen ist und deswegen haben wir viele Beratungsstellen, aber auch nicht alle Beratungsstellen. Also wir leben auch davon, dass man dann für eine Anruf oder für eine Schreiberin extra recherchiert und dann kommt man drauf, ah, da gibt es jetzt wirklich was, was Neues, dann schicke ich das dem Kollegen, der nimmt das in die Datenbank auf, aber das gibt es nicht, es ist nicht online gestellt, das ist auch riesig, diese Datenbank, es ist auch ganz schwierig, die am laufenden Stand zu halten, weil manche Beratungsstellen gibt es dann nicht mehr, also ich finde, auch wenn man sich mal eine Liste ausdruckt, diese dann nicht mehr aktuell nach einem Jahr, also das ist ja echt ein Problem, dann ändern sich, ja. Okay, also es gibt keine, leider keine Online-Homepage, wo man alles Man kann bei uns anrufen, also es werden sich wirklich auch einige sagen, ich brauche jetzt konkret eine Stelle und wir vermitteln ja nur Beratungsstellen, also keine privaten, sondern die auch öffentlich Zuschüsse oder öffentlich sind. Genau, da haben wir schon eine riesen Datenbank und man kann gerne bei uns anrufen, mal nach, damit wir nachschauen, was haben wir drinnen, also das Angebot ist auf jeden Fall da, aber wir haben es jetzt nicht verlinkt oder sonst was. Alles klar. Ja, weil wie gesagt, wir machen das ja bei Logo, das ist meine Arbeit und ich mache auch mal im Jahr, mache ich so eine Broschüre, das ist halt so über die Steiermark, was es halt alles gibt und du hast total recht, einmal im Jahr aktualisiere sie und dann sind wieder 20 Prozent oder was auch immer und das sind halt auch nur so offizielle Geschichten und keine privaten, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du mir da helfen oder auch Jugendarbeitern und Jugendarbeitinnen. Gut, in Oberösterreich gibt es den Sozialratgeber, der wird jedes Jahr erneuert. Ja, und in Graz, also in Stammert gibt es unsere. Na, okay, es ist 10 Uhr, wenn ihr noch Fragen habt an die Iris, dann müsst ihr sie ganz schnell stellen, weil wir wollen nicht wirklich lange überziehen. Natürlich könnt ihr noch eine Frage, die ich jetzt noch auf den Lippen brennt, schnell stellen. Ansonsten, ich glaube, es ist Schweigen. Sie haben, na, und es steht nur Danke. Doch, danke. Okay, Iris, ich finde, das war eine super spannende Stunde. Ich weiß jetzt also ein bisschen mehr und zum Beispiel das nicht nur, also das Geschriebenes und Gesprochenes und dass man das alles irgendwie genauer anschauen soll, weil ich bin eher der Sprecher, nicht der Schreiber, wieder anders ist anders. Also das finde ich gut, das nehme ich mir mit. Und danke für deine ganzen Tipps und danke für die Stunde, die du mit uns jetzt da verbracht hast. Ja, hat Spaß gemacht. Vorher war ich total nervös und dachte, oh je, wie wird das vor so vielen Leuten reden, aber es war sehr nett. Dankeschön.